Nach diesem Video wirst du genau wissen, wie du die normalen Klauseln, die du gerade in der Oberstufe noch schreibst, mit der Vorbereitung auf die Abiturprüfungen richtig kombinierst und so diesen ganzen Stress auch wirklich bewältigst. Willkommen zurück Abitur-Athleten, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Schnitt und wir haben jetzt natürlich auf jeden Fall für einige von euch ja die Challenge, dass ihr Unterricht habt und gleichzeitig aber auch euch für die Abiturprüfungen vorbereitet und deswegen hier jetzt die besten 5 Tipps. Erster Tipp, Messer scharf aussortieren. Sei dir wirklich bewusst, was bringst du noch ein, was bringst du nicht ein. Wenn du in der 10.11. sonst irgendwas bis noch nicht Abi machst, dann vergess diesen Tipp, ja, gib überall Gas. Aber wenn du jetzt wirklich im allerletzten Semester, im allerletzten Halbjahr dich befindest, dann überleg dir wirklich, was kann ich denn aussortieren, welche Prüfung schreibe ich sowieso, kann ich sowieso nicht mehr einbringen. Dann lern auch nicht für die, dann lern auch nicht für die, wirklich gar nicht, ja. Wenn du zumindest ein oder zwei Punkte schreibst, wunderbar, aber sonst ist es so egal. So egal, sei dir halt wirklich sicher, dass du es nicht mehr einbringst, aber dann lern auch nicht, ja. Die Phase ist jetzt so wichtig, jede Stunde zählt so viel. Deswegen unbedingt, unbedingt, unbedingt Messerschaft auszudenken, dir klar werden, wofür lohnt es sich noch zu lernen und wofür eigentlich nicht. Und das halt dann auch schon direkt über zum zweiten Punkt und zwar Lernaufwand einteilen, ja. Auch wenn du jetzt manche Sachen rausgestrichen hast, dann sind trotzdem alle Klausuren, wo du sagst, okay, dafür will ich lernen, da will ich mich richtig gut drauf vorbereiten, sind auch nicht alle gleich hier wichtig. Und damit meine ich nicht nur normale Klausur versus Abi-Prüfung, wie viel es eingebracht wird, sondern vor allem auch, wie viel du da überhaupt noch lernen musst, ja. Wenn du zum Beispiel Mathe einfach grundsätzlich gut bist, dann lern schon auch noch gut für Mathe, aber lerne nicht so exzessiv viel, weil wenn du mit gut lernen, so wie schon bei 13, 14 Punkten bist, dann müsstest du, um noch auf die 14, 15 Punkte kommen, so viel Aufwand reinstecken, um das halt wirklich sicherzustellen, was sich aber vielleicht gar nicht lohnt. Vielleicht lohnt es sich viel mehr, dass du einfach mal anfängst, für die Deutsch-Abi-Prüfung, die einfach das Fünffache nochmal zählt, da wirklich auch mal anfängst, dich damit zu beschäftigen, Übungsaussätze abgibst, vielleicht hast du da keinen Bock, weil du Mathe besser bist, aber um deine Note zu maximieren, macht es in dem Fall viel mehr Sinn, den viel mehr Aufwand auch in Deutsch zum Beispiel reinstecken oder in eine andere Abi-Prüfung, wo du in dem Fach auch wirklich noch richtig großen Fortschritt machen kannst, weil du so dann halt auch wirklich deine ganzen Ressourcen, ja, deine Zeit und deine Energie, das ist das Einzige, was du jetzt in der Abiturvorbereitung hast, wirklich auch perfekt einteilen kannst, sodass du schlussendlich das maximale Ergebnis für deinen vollen Aufwand auch wirklich bekommst. Drittens, möglichst schnell abhaken. Jetzt aktuell ist einfach der Druck super hoch, ja, du schreibst irgendwie da schon nächste Klausur, da musst du auch schnell ein Referat machen, dann musst du aber dich auch für einen Monat schon für die Abi-Prüfen vorbereiten und alles einfach so super viel, du weißt gar nicht, wo du genau dich darauf konzentrieren kannst. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist zu versuchen, dich auf alles gleichzeitig zu konzentrieren, weil konzentrieren bedeutet per Definition auf eine Sache, Konzentration, ja, das heißt, wenn du versuchst, dich auf mehrere Sachen zu konzentrieren, konzentrierst du dich per Definition nicht, ja, das bedeutet, unbedingt, unbedingt, unbedingt von Tag zu Tag leben. Mach dir, ähm, erstens nicht zu große Gedanken, oh, was kommt noch, oh, in einem Monat habe ich die Mathe-Abi-Prüfen, oh, ich glaube, ich werde es niemals schaffen. Ist aktuell überhaupt nicht relevant, wenn du in drei Tagen eine normale Klausur hast. Versuch dich wirklich nur auf die eine Klausur zu fokussieren, die jetzt gerade als nächstes ansteht. Das bedeutet eben auch, dass du Dinge möglichst schnell abhackst. Wenn letztens irgendwie die Physikklausur nicht ganz gut lief oder da irgendwie ein Lehrer dich dumm angemacht hat, du musst das abhaken. Du hast jetzt aktuell nicht die Zeit, um dir über vergangene Sachen Gedanken zu machen. Was passiert, ist passiert. Und das musst du hinter dir lassen. Du kannst dich einfach nur auf die allernächste Klausur, auf die allernächste Prüfung, auf den allernächsten Schritt fokussieren, wirklich auf den nahen Fokus schauen, auf die nahe Zukunft schauen, was du da eben noch machen kannst. Und um das wirklich auch eben auch zu zeigen, hilft dir Meditation. Ich kann es nicht oft genug sagen, Leute, mach Meditation, mach Meditation, mach Meditation. Wenn du gar keine Ahnung hast, wie das funktioniert, einfach hier rechts oben klicken und da bist du dann wirklich auch perfekt vorbereitet, wie man eben auch als Einsteiger, wenn man es noch nie gemacht hat, auf die simpelste und effektivste Art und Weise in die Meditation einsteigt. Viertens, nimm dir 100%ige Pausen. Das ist so sehr unterschätzt. So sehr unterschätzt, weil jemand denkt, ich muss mehr lernen, mehr lernen, mehr lernen. Ich muss jetzt sowieso die normale Klausur und die Abiklausur und was auch immer. Ich muss alles lernen, 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 lernen. Das stimmt schon, aber wenn du die ganze Zeit lernst, die Gefahr ist, dass du extrem angestrengt bist und dann aus dieser Anstrengung heraus an den Punkt kommst, wo du weder wirklich produktiv bist und dich auch nicht wirklich erholst. Ihr kennt das selbst, du sitzt so am Schreibtisch und bist so... Du erholst in diesem Moment nicht, weil du trotzdem denkst, ich muss ja lernen, ich muss ja lernen, ich muss ja lernen. Aber lerntechnisch passiert auch nichts. Das heißt, wie du aus dieser Gefahr rauskommst, dass du dir ganz klar überlegst, okay, wann mache ich denn mal eine Pause. Zum Beispiel kannst du täglich einfach in deinen Nachbarn integrieren, dass du einfach einen Spaziergang machst, dass du einen Powernap machst, dass du duschst. Für mich war Duschen immer voll die geile Pause, keine Ahnung. Dass du mit einem Ball irgendwas spielst, dass du dich mit einem Kumpel triffst, wo du vielleicht nicht über die Schule sprichst. Was auch immer. Hauptsache, du hast wirklich gute, effektive Pausen, die du auch von vornherein einplanst, damit du wirklich dein Energielevel auch konstant hochhältst und dann nicht irgendwann nur noch an deinem Schreibtischspiel so eine Leiche sitzt und aber eigentlich gar nicht wirklich was passiert. Künftens, jetzt zählt es. Du musst dir einfach klar werden, dass es jetzt gilt. Du hast einfach einmal diese Chance, dieses Abitur zu schreiben. Das will jetzt noch zwei, drei Monate, je nachdem, in welchem Monat du dich befindest, anhalten. Und da gilt es einfach, alles zu geben. Danach kannst du chillen, danach kannst du nach Australien fahren, danach kannst du zwei Monate nur nach Hause rumgammeln und dir überlegen, was du mit deinem Leben machen willst. Aber jetzt, jetzt ist Action-Time. Jetzt musst du Gas geben. Ich werde extra noch ein Motivationsvideo für dich aufnehmen, damit ihr das auch wirklich bekommt, weil das braucht ihr jetzt. Wenn ihr jetzt nicht Gas gebt, Leute, wandern, wandern. Deswegen einfach jetzt nochmal durchziehen. Jetzt einfach Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben, egal ob Oberschulfenklausuren, Abiklausuren, was auch immer. Einfach durchziehen. Einfach Action machen, Action machen, Action machen und danach könnt ihr gefühlt tot ins Ziel fallen. Aber Hauptsache, 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 ich habe jetzt in der Phase, die so wichtig für eure Zukunft ist, wirklich alles gegeben, dass ihr hinterher auch nichts bereut. Und deswegen, gebt da Gas, gebt da Gas, gebt da Gas. Wenn du auch wirklich sicher gehen möchtest, dass du nichts bereuen wirst, wirklich hinterher auch sagen kannst, ich habe echt alles getan, was möglich war, dann kommt gerne unser Traumabitur-Coaching, wo du von mir persönlich betreut wirst, wo wir dafür sorgen, gemeinsam mit meinem Team, dass du wirklich perfekt vorbereitet bist, dass du hinterher nicht sagen musst, ah fuck, was ist, wenn ich damals noch dieses Coaching vom Leo gemacht hätte, vielleicht hätte mir das nochmal vom Schnitt 0,3, 0,4 besser gebracht und ich hätte dann doch mein Studium machen können, von dem ich bisher immer dachte, das nicht funktioniert hätte. Ja, wir haben zum Beispiel gestern eine Coaching-Teilnehmerin, die hat eigentlich so ihren Glauben vom Medizinschirm eigentlich schon verloren. Ich habe gesagt, ey, das können wir noch hinbekommen, wenn wir jetzt wirklich 1,0 in Abiturprüfungen schreiben und mit ihr gehen wir das Ganze an. Ich habe es selbst geschafft, ich weiß genau, wie es funktioniert, ich zeige es euch, wie es läuft. Ihr müsst halt nur einfach sagen, dass ihr halt wirklich auch dabei sein möchtet. Wenn das bei dir der Fall ist, einfach unter diesem Video auf den Link klicken und dann hören wir uns, mein Team wird mit dir sprechen und dann bin ich vielleicht schon bald dein persönlicher Coach und wir rocken gemeinsam deine Abiturprüfungen, dass du vielleicht wirklich noch in das Medizinschirm reinkommst, was du haben möchtest, dass du noch auf den Schnitt kommst, von dem du bisher nicht dachtest, dass das dann möglich war. Leute, ich habe meinen Schnitt selbst von 2,1 auf 1,4 nur durch die Abiturprüfungen noch runtergezogen und deswegen bitte, 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 bitte melde euch an, wenn es euch wichtig ist und bis dahin denkt dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Link.